Hallo und herzlich Willkommen bei Crystal is Delicious. Heute backen wir zusammen gebrannte Mandelcupcakes. Jeder liebt doch gebrannte Mandeln und gerade wenn man jetzt über den Weihnachtsmarkt schlendert, dann riecht man die überall. Und da habe ich mir gedacht, komm wir machen mal ein leckeres Rezept. Das habe ich mir nämlich schon vor längerem mal gemerkt bei Pinterest und habe mir gedacht, komm wir probieren das mal zusammen aus. Ich würde sagen, wir starten als erstes mit den gebrannten Mandeln. Wer die nicht zu Hause selber machen mag, der kann die einfach auf dem Weihnachtsmarkt kaufen oder auch so im Geschäft gibt es auch gebrannte Mandeln. Aber man muss sagen, die schmecken natürlich nicht so gut wie selbst gemacht. Und wir machen das Ganze jetzt ganz einfach im Thermomix. Für die gebrannten Mandeln benötigen wir einmal 200 g ganze Mandeln, 10 g Butter, außerdem noch 80 g braunen Rohrzucker, dann noch, ich habe ein Viertel Teelöffel Zimt jetzt einfach mal genommen. Wer nicht so Zimt mag, nimmt einfach nur eine Prise Zimt und 10 g Wasser. Als erstes geben wir jetzt die Mandeln, Butter, Zucker und die Prise Zimt in den Mixtopf und stellen den Thermomix auf 5 Minuten Varoma-Linkslauf auf die Rührstufe ein. Und jetzt erfüllen wir nur noch das Wasser hinzu und stellen den Thermomix auf 12 Minuten Varoma-Linkslauf Stufe 1 ein. Und wichtig ist, wir gucken einfach nur von oben, dass sich der ganze Zucker oben aufgelöst hat. Ich gebe das Ganze jetzt einfach auf mein Backpapier und lasse das Ganze auskühlen. Und dann starten wir gleich direkt mit dem Teig für die Cupcakes. Für den Cupcake-Teig benötigen wir einmal ein Ei der Größe M, eine Prise Salz, außerdem noch 150 g Zucker, ein bisschen Vanilleextrakt, außerdem noch 250 ml Buttermilch, die am besten schon zimmerwarm. Wer die nicht hat, kann das mit Milch und ein bisschen Essig oder Zitronensäure ausgleichen. Dann benötigen wir außerdem auch noch 125 g weiche Butter. Dann 200 g gemahlenen Mandeln, die habe ich schon in der Pfanne ohne Fett angerüstet. Dann benötigen wir zusätzlich noch 75 g Mehl, drei Teelöffel Backpulver, das waren bei mir 15 g. Und dann habe ich noch ein Viertel Teelöffel Zimt. Die nächsten Schritte, die mache ich jetzt am besten mit der KitchenAid, weil ich das hier schön schaumig rühren kann. Man kann das natürlich auch im Thermomix mit dem Rührelement, mit diesen Schneeschmetterlingen da reintun. Also Rühraufsatz heißt es, glaube ich. Und wir machen es in der KitchenAid, weil wir dann auch das Frosting sowieso später, da brauche ich auch die KitchenAid, um die Butter schön weich zu schlagen. Und als allererstes geben wir nun Zucker mit dem Ei, der Prise Salz und Vanilleextrakt in den Mixtopf und schlagen das Ganze schön schaumig. Dann fügen wir jetzt nur noch die Butter hinzu und rühren das Ganze schön cremig. Und jetzt fügen wir nur noch alle restlichen Zutaten hinzu und verrühren das Ganze kurz. Und jetzt verteilen wir das Ganze in unsere vorbereitete Muffinform. Die habe ich schon bereits mit so kleinen Papierförmchen ausgekleidet. Und ich portioniere das Ganze einfach mit meinem Eisportionierer. Und jetzt kommen die Cupcakes in, oder eher gesagt der Cupcake-Teig, unsere kleinen Muffinförmchen in den vorgeheizten Backofen auf Oberunterheil zu 150 Grad. Und die brauchen ungefähr zwischen 20 und 25 Minuten. Ich stelle den Teil mal immer auf 20 Minuten und schaue dann einfach, ob die schon fertig sind. Und wenn nicht, kann man die dann immer noch ein bisschen, immer die Zeit erhöhen. So geht ja sicher, dass die auch bloß nicht andrennen. Für das Frosting benötigen wir einmal 150 Gramm weiche Butter. Die muss schon wirklich zimmerwarm sein. 150 Gramm Puderzucker, genauso 150 Gramm Frischkäse, den auch schon mal zimmerwarm. Hier sind die gebrannten Mandeln schon mal fein zerhäckselt oder beziehungsweise fein püriert im Thermomix. Das habe ich einfach auf Stufe 10 gemacht. Und das sind auch 150 Gramm. Dann benötigen wir noch ein bisschen Zimt, also eine Prise. Und die restlichen Mandeln, die habe ich mir beiseite getan, die brauchen wir dann oben als Topping. Als allererstes geben wir nun die Butter in die Rührschüssel und rühren das Ganze mindestens für 5 Minuten schön schaumig. Und jetzt geht der Rest auch ganz einfach. Jetzt verrühren wir alle restlichen Zutaten zusätzlich rein. Wir rühren das Ganze nur schön und dann füllen wir das Ganze schon in die vorbereitete Spritztülle. Da habe ich auch vorne so eine Sterntülle dran getan. Und jetzt spritzen wir das Topping einfach nur auf den abgekühlten Cupcake-Teig und toppen das Ganze mit unserer gebrannten Mandel oben drauf. Also bei mir kamen 24 Muffinförmchen raus. Aber meine Muffinform ist auch ein bisschen kleiner, also 2 Mark quasi. Und eine Hütchenform hat quasi einen Durchmesser von 50 x 25 Millimeter. Falls euch das interessiert, wenn ihr quasi eine größere Form habt, dann kann es auch sein, dass es quasi anderthalb Bleche rauskommen. Ich hoffe, das Rezept hätte euch gefallen und ihr probiert es eventuell auch mal aus. Und was jetzt auch noch ganz ganz neu ist, dass wir seit dieser Woche unsere Website online haben. Das bedeutet, ich verlinke euch einfach unten den Link zu dem Rezept und da findet ihr es quasi als PDF-Datei. Und könnt euch alle anderen Rezepte und Videos einfach so angucken und ausdrücken. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!